Hallo Leute und willkommen bei meAppleCat. Heute habe ich den kostenlosen Tweak MyAssistive für euch. Der ist erhältlich wie so oft in der Big Boss Repo, benötigt mindestens iOS 5 oder höher und der Tweak macht nun folgendes. Ihr kennt vielleicht Assistive Touch. Das ist eine Funktion, die standardmäßig in iOS implementiert ist, soll helfen, wenn zum Beispiel der Homebutton nicht mehr richtig funktioniert, damit man das iDevice ganz normal benutzen kann. Aktivieren muss man das Ganze in den Einstellungen. Wir gehen hier in die Bedienungshilfen und hier unten finden wir Assistive Touch. Wir schalten das einmal ein und dann seht ihr schon, dass ich hier oben einen virtuellen Homebutton bekomme. Leider sind die Funktionen von Assistive Touch ziemlich limitiert. Ihr könnt hier diese Buttonbelegung überhaupt gar nicht ändern. Ihr könnt diesen virtuellen Button auch nicht einfach frei auf dem Bildschirm positionieren, sondern das springt immer irgendwo an den oberen Rand, unteren Rand, rechts oder links, oben, unten. Es geht einfach nicht in die Mitte. Also das Ganze ist ziemlich eingeschränkt. Allerdings können wir diese Einschränkungen natürlich mit dem schönen Cydia Tweak etwas auflockern und das Ganze können wir dann wunderbar konfigurieren. Und dann können wir hier zum Beispiel mal auch festlegen, dass wir diesen virtuellen Button auch in der Mitte positionieren können, indem wir hier einfach No Snap Position auswählen. Und ihr seht, jetzt kann ich den Button einfach hier frei irgendwo hin verschieben und der bleibt auch genau da. Wenn ich jetzt gerne haben möchte, dass der virtuelle Button nicht mehr verschoben werden kann, können wir einfach noch hier Lock Position aktivieren. Und wenn ich jetzt hier drüber streiche, tut sich mal gerade gar nichts mehr. Der Button ist nun wie festgefroren. Das können wir natürlich ganz leicht wieder aufheben. Und so gibt es hier viele nützliche Funktionen in diesem Tweak. Wir können auch die Optik etwas ändern. Ihr seht, wenn man das hier jetzt öffnet, ist das alles ganz scharf dargestellt. Aber wir können hier Background Blur Radius festlegen. Ich drehe das mal direkt voll hoch, dann seht ihr den Effekt am besten. Einmal der Button verschwimmt an den Rändern und auch wenn wir hier das Ganze öffnen, seht ihr, wie diese Ränder etwas verschwommen dargestellt sind. Also das ist eine kleine Spielerei noch dabei. Ihr könnt hier unten auch noch ein bisschen was mit den Farbtönen ändern. Ihr könnt auch die Schriften noch mit den Farben anpassen. Das ist aber alles nicht wirklich so interessant. Die wirklich interessante Funktion dieses Tweaks ist hier Replace With. Denn damit könnt ihr ganz einfach diese voreingestellten Grundfunktionen, die Apple uns anbietet, ersetzen durch andere Funktionen. Ihr seht, hier gibt es eine ganz große Liste, was man alles machen kann. Man kann Auto-Lock aktivieren, 3G ein- und ausschalten, WiFi ein- und ausschalten. Ihr könnt auch ganz normal den Home-Button simulieren oder den Sleep-Button. Ihr könnt rebooten, ihr könnt den Ton ein- und ausschalten. Das probiere ich einfach mal. Ihr seht, ich tippe einmal drauf. Der Ton ist ein- und ausgeschaltet daraufhin. Und so gibt es hier wirklich eine ganze, ganze Menge an Funktionen, die ihr euch dort auswählen könnt. Und mit all diesen Funktionen, die ihr nun hier benutzen könnt, lässt sich Assistive Touch zu einer wirklich sinnvollen und gut benutzbaren Alternative zu einem defekten Home-Button ausstaffieren. Und das wär's gewesen, Leute. Das ist der Tweak My Assistive. Probiert ihn einmal aus, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hier bei MiAppleCat. Tschüss! Capone Asia Capone Asia Capone Asia Armlias Erkn Chung Ich produzi die